Heute ist Heiligabend, Freunde, und wir haben uns natürlich schick gemacht. Wer sind wir? Wolfgang, hier mit seinem neuen Anzug. Schuhwolle wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich schon. Heute wollen wir singen, ein bisschen über deutschen Schlager reden, was da los ist. Naja, und das erfahrt ihr gleich, was da passiert. Also viel Spaß, bleibt dran. So, und jetzt nochmal richtig. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Hier heute mit Wolfgang M. Schmidt. Guten Morgen. Guten Morgen. Der einzig war, ich freu mich richtig. Ach komm, gib mir mal die Hand. Ich freu mich richtig doll, mit dir Moin Moin machen zu dürfen. Ich auch, weil wir haben so viele tolle Themen. Hoffentlich schaffen wir das alles. Ich glaub, die Zuschauer können sich gar nicht vorstellen, wie das zustande gekommen ist, dass wir beide hier sitzen. Denn viele Leute, ich hab auch geschrieben bei Twitter, dass wir zusammen Moin Moin machen. Und dann hieß es auch, oh, da bin ich gespannt. Das ist ja schon so ein bisschen unterschiedlich vom Gemüt, sag ich mal. Du als sehr versierter, sehr in die Tiefe gehender, wissenbehafteter Mensch. Und ich ja mehr so als Pöbel. Nein. Der Mund. Als Entertainer. Als Entertainer, ja gut. Zufällig eine Gitarre dabei. Alles dabei. Ja. Und ich hab mich extra für dich auch schick gemacht. Sehr schön. Weil ich wusste, du kommst heute im schönen Dress, wie immer. Weil Wolfgang, immer wenn Wolfgang hier zu Rocket Beans kommt, da staunen schon immer alle. Denn Wolfgang hat nicht einen Anzug. Er hat nicht zwei Anzüge. Ich weiß nicht, wie viele du hast. Aber du hast immer ein neues Anzug. Ich sollte mal zählen, aber ich hab's immer noch nicht gemacht. Wie holt sie denn immer her? Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen Angst habe davor, vor der Zahl. Ja, wahrscheinlich. Aber er liebt es wirklich. Das ist kein Fake. Der Mann hat immer Anzüge an. Und deswegen dachte ich, heute zieh ich mich auch mal schick an. Sehr schön. Sehr schön. Und du hast heute auch ... Guck mal, Manschettenknöpfe, Notenschlüssel. Oder? Passend. Kann man das sehen? Kann man das sehen, Freunde? Notenschlüssel? Es ist auch egal. Ist heute ein Festtag. Ja. So sieht's aus. Ich freu mich auf jeden Fall. Du hast dich ein bisschen anders angezogen als sonst. Und ich hab damit Assoziationen. Ich denke daran an die 70er, 80er Jahre. Ich denke so ein bisschen an Schlager. Ja, damit hätte man auch eine Hitparade rejussieren können. Hätte man machen können. Mit dem langen Mikrofon, was Dieter Thomas Heck immer gibt. Und mit der Schleife. Mit der Schleife, genau. Das Kabel muss immer als Schleife. Es sieht aber auch geil aus. Ja. Es hat natürlich keinen Effekt, aber es sieht gut aus. Ja, das ist eigentlich der Grund. Wir wollen heute zum einen natürlich mit euch das Weihnachtsfest anstimmen. Oder starten, sag ich mal. Denn wir haben heute Heiligabend. Das ist also sehr schön. Aber wir wollen auch über den deutschen Schlager reden. So kann man's eigentlich sagen. Das ist jetzt ganz grob gefasst. Weil ursprünglich hatten wir die Idee, ähm, Mensch, wir finden beide, wir haben festgestellt, wir finden beide den deutschen Schlager eigentlich ganz interessant. Und ich mein jetzt nicht die neuzeitige Version davon. Also nicht diese Ballermann-Version davon. Sondern wirklich alten deutschen Schlager, den wir beide wahrscheinlich auch zu unserer Kindheit schon irgendwie gehört haben. Oder mitbekommen haben. Vielleicht nicht ganz, äh, mit vollem Bewusstsein, aber irgendwie war's ja da. Und irgendwie verbindet man damit ja was. Und, äh, da sind wir beide ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, okay, das ist eigentlich eine schöne Sache, um das mal wieder Leuten mitzuteilen. Dass das Schlager eigentlich nicht dieses stumpfe Disco-Fox-Zeug ist, sondern eigentlich ursprünglich auch eine ganz andere Bedeutung hatte. Ja, sehr symphonisch eigentlich angelegt. Also mit dem großen Orchester wurde das gespielt. Also als der Eurovision Song Contest noch Grand Prix hieß, ja, da traten die mit dem großen Orchester auf. Das waren aber auch Arrangements, die eigentlich mehr so an klassische Musik tatsächlich erinnerten. Also an, äh, Arien aus einer Operette zum Beispiel. Ja, absolut. Und es ist auch, äh, kein Zufall, dass natürlich auch, ähm, manche Opern-Operettensänger dann in Schlagershows aufgetreten sind. Oder, äh, der berühmte Heldentenor René Collo war erst Schlagerstar und ist dann ein Heldentenor geworden. Und solche Geschichten oder diese hessische Sendung Der Blaue Bock, kann man mal bei YouTube eingeben, gibt's ganz tolle Sachen zu beobachten. Wir suchen jetzt schon ein Still davon aus. Da ist es so, dass, ähm, Heinz Schenk, der Moderator, der parodiert wurde in Kein Pardon von Harpe Kerkeling, äh, als Heinz Wäsche, der, äh, war großer Opernliebhaber und die Produzentin der Sendung, Lia Wöhr, die da die, die kriegskrämige Wirtin spielt, die war sogar Opernregisseurin. Also das merkt man diesen Sendungen natürlich an. Ja, du merkst aber auch, dass die Leute was drauf hatten. Absolut. Also, dass die einfach auch singen konnten und auch was von ihrem musikalischen, ähm, Talent in die, in die, äh, Stücke gegeben haben, sozusagen. Und bei der Hitparade musste live gesungen werden. Das ist interessant. Ja. Das wusste ich nicht. Das war schlecht. Da musste live gesungen werden. Ja. Ich bin natürlich jetzt, äh, ein bisschen wehmütig, dass wir diese ganzen, also wir könnten ja sehr, wir könnten ja theoretisch viel zeigen jetzt. Aber es geht natürlich nicht. Bedingt durch, durch GEMA, äh, Sachen und so weiter und so fort. Aber lass uns kurz mal dieses Blau-Bock-Zeugs angucken, dass wir einfach mal so ein Bild bekommen, wie das ausschaut. Das ist, das ist für mich so ein Bild von früher. Diese Frisuren, dieser, dieser Style. Und jetzt schauen wir mal einmal in die Sendung. Wo er ist. Ja, hier ist der Heinz Schenk. Ja, den kennt man natürlich. Ist er das auch? Ne, der ist nicht. Doch, da ist er. Unser Heinz Schenk. Ja. Gucken wir an. Ja, das waren noch Moderatoren. Ja, die sehen aus wie du. Was ist da passiert, Wolfgang? Ähm, tatsächlich, damit bin ich nicht groß geworden. Ich kenne natürlich... Nee, ich auch nicht. Das war in den 70ern. Das ist, ja, okay, aber das kann ja sein, dass du schon früh... Aber YouTube ist ja ein wunderbares Internetarchiv. Ein Kernsearchiv. Kann man Sachen nachgucken, ja. Was war denn deine, ähm, deine ersten sozusagen, ähm, Kontakte zum, ja, zu dieser Musik? Es war eher aus einer Anti-Haltung heraus, weil meine Eltern mit Schlager wenig anfangen konnten. Und mein Vater auch mehr, also Rockmusik zum Beispiel, hört. Und den hab ich eher damit provoziert. Wirklich? Wenn ich dann wieder umgestellt habe und gesagt, so, jetzt hören wir mal hier die Wikileandros oder die Nana Muscuri. Das ist ja neulich. Ja, ja. Okay. Das hat sich bei uns komplett anders verhalten tatsächlich. Bei meinen Eltern war es so, ähm, da lief immer, also hier im Nordkreis haben wir natürlich den Norddeutschen Rundfunk und NDR 1, äh, im Radio spielte damals nur Schlager. Also wirklich nur eigentlich rund um die Uhr und ich komm aus einer Bäckereifamilie und du kannst dir vorstellen, wenn man dann in der Bäckerei stand, dann hat man natürlich ein Radio. Ja. Lief NDR 1. Permanent. Dann fährst du mit deinem, mit deinem Vater irgendwie auf, auf Tour. Damit meine ich, dass du, also wir kommen aus dem ländlichen Bereich, da hast du dann ein Verkaufsmobil und dann fährst du zu den Bauernhöfen. Ja. Und, äh, klingelst du da und dann kommen die Leute zu deinem Auto und nehmen dann eben ein paar Brötchen, Brot, was auch immer. Unterwegs läuft natürlich NDR 1. Ja. Es ist Schlager. Also es läuft den ganzen Tag, lief halt Schlager. Und ich hatte dann eher, äh, bei mir gab's diese, diese Anti-Haltung auch. Ich bin dann eher in die Rockschiene abgedriftet, weil, weißt du, weil bei uns gab's das die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass ich zu vielen Liedern irgendwie schon eine Verbundenheit hab und wenn du jetzt irgendwie an, an Udo Jürgens denkst oder an, auch tatsächlich Juliane Werding, find ich, find ich richtig stark. Also die hat irgendwie gute Songs. Ich hör das jetzt momentan nicht immer oder nicht oft, aber wenn wir darüber reden und wenn wir darüber nachdenken, find ich's total schön. Und weil ich eben diese, diese verwurzelten Erinnerungen hab von früher, von damals. Und da war das meiner Meinung nach eine andere Qualität. Und es ist schade, dass sich dieses Schlagergefühl halt, ähm, ganz anders entwickelt. Also in Hamburg gibt's den Schlager-Move beispielsweise, das ist eigentlich Karneval. Ja. Also das hat nichts mit Schlager in dem Sinne zu tun, wie ich den früher kennengelernt hab, sag ich mal. Natürlich nennt sich das Schlager und selbstverständlich sind da Leute, die Schlager gut finden, aber es wär überhaupt keine Veranstaltung für mich. Also das ist eher das, so mitstampfen. Das ist ein Stampf, ne Stampfveranstaltung. Ja. Du verkleidest dich, äh, bis, bis, also ich hab nichts gegen Verkleiden, ich hab auch nichts gegen Trinken, so alles gut, aber in der Kombination find ich's schwierig. Also für mich ist es nix, so. Aber, ähm, das war halt meiner Meinung nach früher anders. Aber ich bin halt, wie gesagt, durch so ... Aber das ist diese Erneuerung, also das ist das, ähm, das ist ja, der Schlager erlebt ja gerade so eine unglaubliche Renaissance. Also das sieht man, wenn man sich bei einer Florian-Silber-Eisen-Show ansieht, da sind tatsächlich junge Leute im Publikum und die sehen so aus, als würden sie das freiwillig tun. Das war mal anders. Und zwar war das eigentlich in den 80er Jahren, als die neue deutsche Welle aufkam, hat die den Schlager verdrängt. Das war dann was Neues, das war neue deutsche Musik, Nena und Co. Und man sagte, äh, toll, man kann auch, äh, was anderes singen, als, als immer nur von roten Rosen, weißen Rosen und von Herzen und so weiter. Und dann kam eben diese neue deutsche Welle, danach hat der Schlager sich aber gar nicht mehr erholt. Dann gab's diesen ironischen Schlager mit Gildo Horn oder Dieter Thomas Kuhn, der das dann so, auch so parodistisch angelegt hat. Aber er ist ja sehr erfolgreich gewesen. Sehr erfolgreich, ja, ja. Aber immer mit der typischen 90er Jahre ironischen Haltung. Und dann kam Helene Fischer, so kann man's fast zusammenfassen. Also es gab... Ich überlege gerade, aber du hast eigentlich recht. Und dann kam eben dieser Disco-Fox-Schlager, dann natürlich mit Andrea Berg, die ja schon ein älteres Publikum angesprochen hat, auch vor Helene Fischer da war. Ja. Aber es war... Und das hat sich dann durchgesetzt und mittlerweile klingt jeder zweite Schlager, als sei er von Helene Fischer. Oder als hättest du ihn irgendwie in einer Garage produziert, tatsächlich. Das passiert auch. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ, ist einfach fürchterlich. Und ich will gar nicht hier Leute diskreditieren oder sagen, Mensch, natürlich verdienen die auch ihr Geld damit und machen dementsprechend ja hoffentlich nichts Verwerfliches. Aber das kannst du einfach nicht mit einem Udo Jürgens vergleichen. Nee. Das ist also von einer Qualität oder von einem Anspruch. Und ich glaube, das weiß so ein Wendler auch, dass er da einen ganz anderen Anspruch hat. Und das ist auch genügt für das, was er tut. Das glaube ich zumindest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute so ignorant sind und so blind sind. Also im Kern. Natürlich würden sie sich anders vermarkten. Aber ich glaube, sie wissen schon, dass sie einfach eine Masse bedienen, für die das vollkommen reicht und okay ist und damit auch Erfolg haben. Ich weiß gar nicht, wie steht es um den? Hat er noch Erfolg? Ich glaube nicht so. Nee, ne? Ich lese schon mal was bei Bild Online, aber ... Du liest das schon mal, ne? Dann weißt du ja auch, dass Helene Fischer jetzt gerade getrennt ist, ne? Und das habe ich noch nicht gewusst. Das hat mir eben Ronja erzählt. Wie, das warst du? Ich kam mir an und sie sagte mir das. Was? Wolfgang. Also ich weiß ja nicht ... Was ist da los? Was ist passiert? Ja, wir schauen mal ganz ... Der Witz ist, ich habe gestern noch einen Zeitungsartikel geschrieben, wo ich mich auf Helene Fischer und Florian Silbereisen beziehe und dann noch von dem Ehepaar spreche. Das muss also jetzt noch mal revidiert werden. Na guck mal hier, der Westen schreibt, Helene Fischer und Florian Silbereisen sind getrennt. Ich habe natürlich jetzt eine Qualitätszeitung aufgeschlossen, wie du weißt. Wir gehen nur die Bullet-Pointe durch, das reicht wahrscheinlich. Liebes Austausch zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen nach zehn Jahren Beziehung. Managements haben Trennung bestätigt, das ist immer sehr gut. Das muss stimmen. Helene Fischer hat bereits einen neuen Freund. Was? Ja. Tut mir leid, Wolfgang. Und wer ist es? Ja, wer ist es? Das wissen wir noch nicht. Schreibt es in die Kommentare. Ja. Also für alle Leute, die heute einen entspannten Heiligabend feiern wollten mit Gedenken an Florian Silbereisen und Helene Fischer. Nein. Wollte nicht tun. Ja. Helene Fischer hat sich getrennt und hat schon einen neuen Freund anscheinend. So kann es gehen. Ähm, nee, ich bin da nicht so bewandert, was die Stars anbelangt hat. Sie ist ja eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Das wusste ich auch nicht. Die Forbes-Liste hat ja eine Top Ten rausgegeben, der erfolgreichsten Sängerinnen der Welt. Und da war sie in der Top Ten. Okay. Noch, ich glaube, vor Céline Dion. Wirklich? Ja, sie hat 28 Millionen Euro in einem Jahr. Und da kann man jetzt sagen, was man will. Da kann man diese Musik oder diese Frau, da kann man davon halten, was man will. Da muss man einfach Respekt vorhaben. Das ist unfassbar. Ja, wird's mal ehrlich oder nicht? Ja. Also ich meine, auf irgendeiner Ebene muss man das schon auch so akzeptieren. Ja, was sie natürlich ist, sie ist hochprofessionell. Sie ist artistisch begabt. Sie hat eine Musical-Ausbildung, was man der Stimme ja absolut anhört. Ja, absolut. Also es ist keine Verortung irgendwie in der Operette oder in der Oper oder sonst irgendwas anderes, sondern es ist eine Musical-Stimme. Und ich finde halt die Lieder furchtbar überproduziert. Ja, total. Und deswegen so wahnsinnig langweilig. Das finde ich, aber das ist ein schöner Punkt, den du gerade ansprichst. Das finde ich grundsätzlich bei ganz vielen Musikrichtungen so. Wenn da zu viel drin ist. Auch jetzt mal kurz vom Schlager weggedacht. Du hast eine Rockband, die eigentlich schon ganz gut funktioniert. Oder denk mal an die Beatles. Die Beatles-Songs sind, die meisten sind überragend, weil sie gut arrangiert sind, weil sie tolle Inhalte haben, sind aber natürlich tontechnisch veraltet. Das ist, ne, Abbey Road Studios damals, 70er-Jahren. Kannst du nicht vergleichen mit, ja, jetzt Mitte 2000, wollte ich fast sagen. Aber mit 2018, das kriegst du nicht hin. Aber es funktioniert. Alles ist schön gemacht, schön arrangiert. Wenn du jetzt aber eine neue Rockproduktion hörst, da sind Streicher drin, da sind super viele Backings drin. Irgendwann hört sich das so künstlich an und du kannst das Ganze gar nicht mehr ernst nehmen. Und ich glaube, das ist das, was du auch jetzt gerade im übertragenen Sinne von den Helene-Fischer-Songs quasi, was du ihnen ankreidest sozusagen. Und ich finde auch, da kommt kein Gefühl mehr rüber. Du kannst das einfach nicht für dich ernst nehmen und du hast da irgendwie keinen Nutzen draus, finde ich. Du kannst nichts mitnehmen, weil du einfach denkst, ja, irgendwie ist es Geldmache. Ja, sie sind synthetisch. Sind synthetisch, ja. Ja, es sind eine Produkte, also der Schlager war immer ein Produkt, was sonst. Aber man hört diesen wahren Charakter, hört man ihn jetzt auch sehr stark an. Ja, das trägt. Dass ich auch erstaunt bin, weil das halt auch viele ältere Leute hören, Helene-Fischer und so. Oder Andrea Berg oder Amigos, ja. Oh, danke, danke. Und da muss man ja sagen, das verstehe ich nicht, wenn man eigentlich die anderen Schlager noch kennt. Also wenn man mal gehört hat, was dann ein Schlager von Mireille Mathieu oder auch Jürgen Markus oder so ausmacht. Also selbst diese Stimmungsschlager, wenn man das heute mal schaut, was da so am Ballermann gebracht wird. Also das ist ja wirklich unter aller Kanone, auch was die Texte anbelangt. Da muss man sagen, dann ist sowas wie, schöne Maid hast du heute für mich Zeit oder ein bisschen Spaß muss sein, ist eigentlich hübsch arrangiert. Total. Wo du es jetzt gerade ansprichst. Oder Tony Marschalls Hit, ich möchte in deinem Wald der Oberförster sein. Erstmal. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Also da muss drauf kommen. Also wir sehen schon, es geht eigentlich immer um Sex. Ja. Das müssen wir natürlich schon sagen, aber auf eine andere Art und Weise. Und ich möchte jetzt, ich hab jetzt im Sommer noch einmal kurz, was war das denn, Janna von Wolfgang Petry gehört. Ja. Das ist ja Sexismus pur eigentlich. Weißt du, das ist ja auch irgendwie, ich weiß, ich kann das auch gar nicht jetzt gut heißen, aber war es irgendwie eine andere Zeit? War das da okay? Ich kann das, wir haben ja nicht da gelebt so richtig, aber wie kann man sich das vorstellen? Nein, ich glaube, es war nicht so eine Sensibilität dafür da. Ja, also ich glaube schon, dass man die als sexistisch in gewisser Weise begreifen kann. Andererseits haben die auch wieder was Verspieltes, also die sind ja schon fast eine Nummer drüber. Ja, genau. Wir können ja mal die Lyrics einmal reinziehen von dem Song, damit auch alle mal wissen, worum es da geht. Weil ich glaube, wenn man nur die Lyrics liest, dann ist es fast noch schlimmer. Ja, okay, was ist hier los? Liebe im Auto. Ist das von Wolfgang Petry, ja. Ich weiß aber nicht, warum das hier gerade so schlecht dargestellt wird. Janna, ich fahre gerne mit dir allein. Lässe ich uns im... Ich kann, was soll das sein? Die Umlaute werden nicht richtig dargestellt. Ah. Okay, der Refrain ist auf jeden Fall Donnerwetter, das darf doch nicht wahr sein. Dieses Ding muss doch gehen. Ach Mensch, was ist das denn? Komm, lass uns mal sehen, was da wohl kaputt ist. Das ging doch noch gestern ganz wunderbar. Janna, 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 du hast recht. Es ist heiß hier im Wagen und Janna, Janna, du bist ja noch ganz zugeknöpft bis an den Kragen. Janna, zieh das Ding doch einfach aus, sonst kann den keiner sehen. Dann komm, ich mach den Reißverschluss dir auf. Das ist doch kein Problem. Donnerwetter, das darf doch nicht wahr sein. Ja, äh, groß Lyrik. Bitte, oder? Aber eigentlich, tatsächlich, wenn man das mit... Ich glaube, man kann das heute retrospektiv dann mit gewissem Amüsement betrachten. Ja, muss man. Ja. Muss, muss. Wobei ich mir bei manchen aktuellen Sachen eben nicht so... Also ich glaube nicht, dass Andreas Gabayer zum Beispiel ironisch ist in dem, was er so tut. Nee, das glaube ich auch nicht. Und die haben, also vielleicht auch, Janna fällt so ein bisschen auch nochmal in dieser Drastik raus, aber ich glaube, viele dieser 70er-Jahre-Schlage von Barta Illich, ich möchte Knopf an deiner Bluse sein, dann kann ich na, 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 na an deinem Herzen sein. Das ist ja sehr harmlos. Das ist, das ist sehr harmlos. Das ist ja wirklich, ist es ja nett. Also das ist auch nochmal eine andere Kategorie. Aber schau dir diesen Herrn nochmal an. Da ist er. Wolfgang Petri. Ja. Von früher, ich warte mal kurz auf die Regie. So sahen Männer früher aus. So sahen Männer früher aus. Und ich glaube ihm tatsächlich, auch wenn ich dieses Bild sehe, glaube ich ihm einfach. Ja, ja, ja. Weil du machst es nicht. Du hast auch nicht, ich weiß nicht, wie viele Freundschaftsbänder er hat, oder da zu einer heißen Phase gehabt hat, aber das machst du doch nicht einfach nur für einen Werbegag. So, das musst du ja schon irgendwie, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass er da das sehr gut gespielt hat, aber ich glaube, irgendwann war das für ihn einfach das Leben. Ja, die haben, also was man sagen muss, diese Schlagerstars haben eigentlich so alle ihre Rollen gehabt und haben die auch total angenommen und ziehen das auch durch. Also bis heute. Also bis heute macht der Roberto Blanco eben den Spaßmacher. Ja. Und ein bisschen Spaß muss sein, ist sein Lebensmotto und das zieht er auch knallhart durch. Oder jemand wie Mireille Mathieu, die hat halt diese Pagenkopf-Frisur, diese Prinz-Eisenherz-Frisur. Das hat damals ihr Manager, Johnny Stark, ihr gesagt, sie soll diese Frisur immer tragen. Und die trägt sie bis heute. Ja, wahnsinnig. Der Manager ist schon längst tot, aber sie trägt immer noch diese Frisur. Die zieht das durch. Und das gibt es eben ganz, ganz viele, die das einfach dann, ja, einmal diese Figur geformt haben und dann dabei bleiben. Das kann natürlich irgendwann was Tragisches haben, wie bei Roy Black oder dann Rex Gildo, der ja aus dem Fenster sich gestürzt hat und so, weil die dann irgendwann natürlich nicht mehr damit klarkommen, auch weil die Bühnen immer kleiner werden und irgendwann eben nicht mehr in der Fernsehshow, sondern im Möbelhaus stehen, all diese Dinge. Aber eigentlich ist Schlager schon, dass man so ein Branding entwirft, ein Markenzeichen und das dann konsequent eigentlich durchspielt. Also es gibt auch Zurückhaltendes. Also Roland Kaiser tritt halt immer im dunklen Anzug auf oder so. Aber das ist eigentlich schon, das zieht sich so durch. Wolfgang, das macht richtig Spaß mit dir. Wir haben jetzt, wir haben schon die erste Viertelstunde um, leider. Denn hier blinkt es schon ganz verrückt. Das bedeutet, wir müssen kurz in die Werbung moderieren. Und dann gehen wir gleich mal, ich hab noch so eine Liste dabei mit Schlager-Nummern, die ich früher irgendwie bei mir mal gehört hab. Die gehen wir mal durch. Und natürlich, wer hat der Geburtstag in diesem Monat? Heino. Heino. Da muss natürlich noch was kommen. Also, mal kurz Werbung und sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Wir sind hier immer noch am Sprechen über den deutschen Schlager. Wolfgang M. Schmitz zu meiner Seite. Richtig schön mit dir. Wir haben grad schon in der Werbung gesagt, Mensch, das ist richtig toll irgendwie. Ja, wir haben direkt Lust, so viel zu hören. Das machen wir später. Das machen wir später, ja, genau. Aber ich glaube, was noch wichtig ist beim Schlager, dass man eben sagt, es wird deutsch gesungen. War das ja auch eine Zeit lang überhaupt nicht selbstverständlich in der Popmusik. Jetzt singen ja alle deutsch, hat man den Eindruck. Auch bei Deutschland sucht den Superstar war das früher fast ein Verbot. Man durfte nicht deutsch singen. Kurze Zwischenfrage. Jetzt singen die das. Hörst du Radio? Hin und wieder, ja. Ja, du hast nämlich recht. Es ist fast deutsch überall. Fast überwiegend. Und ich erinnere mich noch, wie man irgendwie so mit der 2000 eine Quote einführen wollte. Gab's dann einige, die sich zusammengetan hatten. Ob man das irgendwie durchsetzen kann. In Frankreich gibt es ja so eine Quote. Und das ist heute gar nicht mehr nötig. Nö, da hast du recht. Weil es einfach fast ausschließlich deutsch ist. Ich finde deutsche Texte oftmals, also selber als Musiker sozusagen, finde ich sie oftmals ehrlicher. Weil du weißt, das ist deine Muttersprache. Und du kannst dich da nicht hinter anderen, also du kannst dich da nicht verstecken. Ja. Also jeder weiß, okay, wenn du es so sagst, dann wirst du es so gemeint haben. Ähm, aber oftmals im Radio sind es sehr weichgespülte Texte, die eigentlich keinen Inhalt so richtig haben. Oftmals, finde ich. Ja, es werden in der Regel keine Geschichten erzählt. Nee, genau. Es werden immer nur noch irgendwie so, ja, irgendwelche Gefühle aneinandergereiht. Irgendwelche Worte im Schlager, aber auch in dem ganzen, in der deutschen Popmusik. Genau. Ich meine, das hat Böhmermann ja vorgeführt. Ja, er hat es gut dargestellt. Und ich spreche jetzt auch nicht allgemein von der Musik natürlich. Ich spreche gerade von Radiomusik, das muss man natürlich unterscheiden. Nicht, dass jetzt viele, viele Bands sagen, es gibt super viel gute Musik. Das möchte ich jetzt einmal nur. Aber früher war halt Jugendkultur, also in den 60er, 70er Jahren natürlich ganz stark ausgerichtet, englischsprachig. Bisschen Französisch vielleicht noch, aber ganz stark englischsprachig. Und ich habe mich immer gefragt, warum es eigentlich so viele internationale Stars gab in Deutschland, die Deutsch gesungen haben. Also das ist ja enorm. Ja, ja. Costa Cordalis, Vicky Leandros, Nana Muscuri, alle drei aus Griechenland. Bill Ramsey fällt mal ein. Bill Ramsey aus England. Ja, England. Chris Howland auch aus England. Graham Bonny, Gus Bakus aus Amerika. Gus Bakus, ja. Mireille Mathieu aus Frankreich. Lena Valaitis aus Litauen. Rita Pavone aus Italien. Also wir können nur, Bata Illich kommt glaube ich aus Bulgarien. Ja, Bata Illich kommt glaube ich aus Bulgarien. Woran lag das? Ich habe mir das überlegt und also meine Theorie ist, dass die deutsche Sprache eigentlich nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, im Prinzip durch war. Die Menschen hatten die Stimme von, die bellende Stimme von Hitler oder die schnarrende Stimme von Goebbels im Ohr über den Volksempfänger, das war ja das Radio, ist ja eigentlich durch die Nazi-Zeit erst ganz groß gemacht worden dann. Und man suchte eigentlich einen Weg, glaube ich, dass Deutsch wieder sympathisch klingt. Und was klingt sympathischer als alles mit einem Akzent zu singen? Als Rudi Carell. Ja, genau. Auch die vielen Niederländer, die da waren. Also man kann das alles mit einem Akzent, klingt alles gleich hübscher, harmloser und erinnert eben nicht mehr an das, was man war. Und deswegen hat man die dann hier Deutsch singen lassen und das waren gefeiertes Stars. Und wenn man sich so manchmal ansieht, so ganze Hitparaden bei YouTube oder so, dann sind da zu 80 Prozent sind das aus dem Ausland, sind das Sänger. Und es gab auch übrigens mal im Blauen Box so eine Geschichte, da hat Heinz Schenk was für Bata Illich und Iron Sheer und so komponiert. Das hieß das Lied, ich glaube, wir sind die Gastarbeiter des Schlagers oder so, haben die dann gesungen. Ja, weil das tatsächlich sowas hatte davon, also das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass damit eigentlich die deutsche Sprache als gesungene Sprache wieder salonfähig wurde. Ja, das macht auch Sinn. Natürlich hast du recht, so wie du es erklärst, denn ich glaube, diese Zeit damals, das muss man ja auch mal einmal beleuchten, dass wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geschrieben und gesprochen, was können wir machen. Nicht ganz ausgiebig, wie wir es hätten gebraucht können, aber wir haben es halt hinbekommen. Und dann sagtest du auch, ja, man muss natürlich auch aufpassen, ganz alter Schlager wurde natürlich auch instrumentalisiert. Ja. Und das muss man natürlich auch beleuchten, auch jetzt zum Beispiel alte Heino-Lieder, da hast du auch gesagt, Mensch, da muss man eigentlich aufpassen und zumindest aber einmal erklären, dass das, ich meine zum Beispiel, wir lagen vor Madagaskar. Das hast du auch vorgeschlagen und gesagt, Mensch, das ist eigentlich ein schönes Lied. Ich weiß, kannst du eigentlich selber wiedergeben, was du dazu gesagt hast? Na, ich sagte, es ist insofern problematisch, dass dieses Lied in der Nazi-Zeit entstanden ist. Offenbar hat es geschrieben wohl ein Schauspieler, den man heute kaum noch kennt, der aber auf der gottbegnadeten Liste von Goebbels stand und der hat dieses Lied komponiert oder hat den Text geschrieben und dieses Lied wurde dann natürlich in der Hitlerjugend und so weiter gesungen. Viele alte Volkslieder wurden aber auch in der Zeit gesungen, zum Beispiel Schwarzbraun ist die Haselnuss, das bezieht sich im Übrigen nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die Haarfarbe. Oder was ganz verrückt ist, also wenn man mal schaut, weil Volkslieder gehören im Prinzip keinen, die werden immer wieder neu angeeignet. Und so haben die Nazis zum Beispiel das Lied von der Loreley von Heinrich Heine auch gesungen, hatten das in den Liederbüchern abgedruckt, aber haben den Verfasser nicht angegeben, sondern haben gesagt, Dichter unbekannt, weil Heine Jude war. Und deswegen muss man das schon auch reflektieren, wenn Heino dann in den 60er Jahren zum Beispiel hingeht und anfängt Volkslieder zu singen, auch viele, die damals eben von der Hitlerjugend, von der SS und so weiter gesungen wurde. Und er hat natürlich auch da in einige Fettnäpfchen getreten, auch manchmal glaube ich nicht ganz unbewusst, wenn er dann sagt, und jetzt singe ich auch mal noch das Lied der Deutschen in allen drei Strophen. Also diese Dinge hat Heino ja auch gemacht, oder er hat auch sicherlich Lied gut eingespielt, wo das nicht so ganz frei ist davon. Aber man kann natürlich sagen, dass Gelagen von Madagaskar oder Schwarzbraun ist die Haselnuss ideologisch unbedenklich ist. Und eben, weil Volkslieder keinem gehören, eignet sich die nachfolgende Generation das wieder an. Und du hast dann auch gesagt, jeden Zeltlager. Wirklich, jedes Zeltlager hat ein Liedbuch. Und in diesem Liedbuch sind zum einen die Prinzen drin, mit Alles nur geklaut. Und danach kommt auch schon Willhacken von Madagaskar. Also so schlimm kann es nicht sein. Und du sagtest, Heino hat Geburtstag. Heino ist 80 geworden. 80 Jahre Heino. Lass uns mal zu Ehren Heino. Und er hat mit der Hannelore in Las Vegas gefeiert. Wir müssen uns diese Bilder gleich angucken. In Las Vegas. Ich kann mir nicht vorstellen, wie... Und er hat sogar noch Siegfried von Siegfried und Roy besucht. Bitte? Ja. Kennt der Mann denn alle? Ja. Der kennt auch meinen Papa übrigens. Ja, die sind befreundet. Tatsächlich. Ja, aber das erzähle ich dir gleich. Weil die beide Bäcker sind. Ja. Tatsächlich. Und zwar, und pass auf, das hast du gut erkannt. Heino ist Bäcker. Oder ist gelernter Bäcker. Natürlich ist er Sänger. Ja. Aber er ist natürlich, er hatte früher eine Bäckerei und Lehre abgeschlossen. Und bevor Heino, ich kenne nur die Geschichte, die nicht sehr fundiert ist, weil ich da sehr jung war. Ich weiß aber, dass Heino in Quarkenburg, das ist mein Geburtsort, wo ich halt auch lange gelebt habe, dass er dort entdeckt wurde. Und zwar im Saal Gößling, so hieß das damals. Gibt's nicht mehr. Aber da gab's wohl eine, ja, so ein Sangesabend, so stell ich mir das jedenfalls vor. Und da ist er entdeckt worden. Quasi in meinem Heimatort. Wahrscheinlich von Ralf Bendix, oder? Das war sein Produzent danach. Und Ralf Bendix hatte wohl noch, es gab eine Heino-Doku jetzt im ZDF, der hatte wohl eine Rechnung noch offen mit Freddie Quinn. Wirklich? Der ja eine sehr ähnliche Stimme hat. Und der hat gesagt, irgendwann finde ich jemanden, der hat auch so eine schöne, tiefe Stimme. Ja, total. Und dann kannst du was erleben. Ja, und dann hat man Heino bewusst auch gegen Freddie Quinn gesetzt. Und hier ist der junge Heino ganz rechts zu sehen, noch ohne Brille, mit dem Akkordeon. Wir singen sofort, wir wollen nicht zu Ehren Heinos, aber liebe Regie, schaut doch einmal ganz kurz, damit wir auch wissen, das ist keine Lügengeschichte, die ich hier auftische. Heino wurde wirklich in Quakenburg entdeckt. Wann ist das denn geschrieben worden? 2015. Vor 50 Jahren steht hier gerade. Während eines Auftritts mit dem Comedian Terzett wurde Heino, ganz rechts, genau, vor 50 Jahren bei einer Modenschau in Quakenburg entdeckt. Das muss man sich vorstellen, Quakenburg hatte damals wahrscheinlich 10.000 Einwohner, jetzt sind's 13.000. Toll. Das ist Wahnsinn. Da tut sich was. Progress. Ja. Ja, geil. Und da ist er anscheinend entdeckt worden. Jetzt können wir uns das Ganze mal durchlesen, aber lass uns lieber mal musizieren, würde ich sagen. Denn du hast gesagt, Mensch, lass uns doch mal, wir lagen vor Madagaskar singen und das finde ich gut. Zu meiner Verteidigung, ich bin natürlich Schlagzeuger und ich kann nur sehr rudimentär Gitarre anbieten. Ja, und ich bin nicht Heino. Und du bist nicht Heino, also passt es doch wieder. Ich darf nur nicht in der Zeile verrutschen, das ist immer das Schwierigste. Da ist die Gitarre noch einigermaßen in Tune. Kannst du alles lesen? Ich kann's, glaube ich, auswendig. Du kannst, okay. Sorry, Leute. Wolfgang spielt den Kram natürlich, oder kann die natürlich auswendig singen. Pass auf, ich mach mal ein bisschen Tempomäßig ein bisschen so. Okay, du fängst an, ich komm dazu. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln erfaulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Das war jetzt berühmte Heimat. Bei Heino. War nochmal? Heimat. Weißt du, dass du so ein bisschen Emotionen reinkriegst. Das hatte Freddy Quinn nicht, ne? Nee, das hat er nicht geschafft. Komm, wir machen die zweite Strophe jetzt. Wir machen die zweite Strophe jetzt. Ja, gerne. Jetzt geht's weiter. Wir lagen schon 14 Tage, kein Wind in die Segel und's Griff. Der Durst war die größte Plage, dann liefen wir alle auf ein Riff. Ahoi Kameraden, ahoi, ahoi. Leb wohl, kleines Madel, leb wohl. Jetzt alle im Chat. Ja, wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still. Ja, so still. Weil dann jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gerne einmal wieder sehen will. Sehr schön. Da muss ich dich kurz umarmen. Bei Musik werd ich immer so ein bisschen emotional. Sehr schön, haben wir das gemacht, oder? Ich finde auch, was meint ihr in der Regie? Wir brauchen kurz mal Feedback. Wir haben ja hier keinen Chat gerade. Die sind nicht mehr da. Das heißt auch irgendwas. Die sind alle abgehauen. Nee, das macht ja auch Spaß. Es macht ja auch wirklich Freude, einfach zu singen und Musik zu machen und gar nicht darauf zu achten, welche Qualität hat das eigentlich. Ja. Weißt du? So ganz frei. Wir haben jetzt ja gerade, es ist ja auch immer eine Überwindung zu singen. Ja. Also ich meine, du singst glaube ich gerne und oft glaube ich. Aber eher für mich. Für dich, genau. Ja. Ich summe für mich, weißt du? Ach so. Also ich singe nicht wirklich in der Öffentlichkeit, weil ich hab da auch Charme. Also was ich jetzt gerade mache, ist für mich auch eine Überwindung. Ja. Aber mit dir zusammen ist es mir eigentlich egal, weil es macht Spaß. Ja. Weißt du? Und das müsst ihr alle mal ausprobieren. So als Tipp an Heilig Amt. Auf jeden Fall. Weil natürlich ist es irgendwie, Leute, die es irgendwie schlecht reden wollen, sagen, okay, das ist schon ein bisschen Fremdscham, wenn die beiden, also du singst sehr schön, ich spiel leidenhaft Gitarre, unterstütze ich irgendwie Gesang nicht. Aber gut singen. Ja, aber es macht ja auch einfach Spaß. Ja. Darauf will ich mal aus. Und wenn du das so siehst, dann bist du gar nicht angreifbar. Nein. Für dich hat es Spaß gemacht, weißt du? Und das möchte ich einfach nur irgendwer jetzt gerade machen. Wir bringen ja keine Platte raus. Machen wir noch. Vielleicht. Ja, sollte man. Die schönsten Volks- und Fahrtenlieder. Oh, das ist wirklich. Wir müssten mal drüber nachdenken. Shit, Wolfgang. Vielleicht mit einer kleinen Tournee verbunden. Sind wir jetzt, also, bei dieser Thomas Kuhn hat das gut geklappt. Also Heino, ich will es so sagen, Heino hört ja auf. Im nächsten Jahr ist die Abschiedstournee, dann haben wir im Prinzip freie Bahn. Lass uns das machen. Ja. Weißt du, alle machen Podcasts. Ja. Alle machen irgendwas, was, weiß ich nicht, irgendwas mit Unterhaltung. Wir machen einfach mal Schlagermusik. Ja. Wirklich. Und wir machen das genauso wie jetzt. Wir setzen uns einfach hin. Wir haben keine große Show. Nein. Nee. Und alle singen mit. Wir teilen vorher was aus. Das ist geil. Ja. Also eine Mitmachsause. Eine Mitsingensause unterwegs. Wolfgang. Unterwegs. Und Michis. Mitsingensause unterwegs. Mitsingensause unterwegs. Unterwegs. Das ist dann in so einer Schnörkelschrift steht das drunter auf dem Plakat, weißt du, unterwegs. Leute, macht das. Bitte. Das hört sich gut an. Wir sollten das vielleicht, naja, bist du beim Geburtstag, weißt du das schon? Wir sollten den Opener machen wir beide. Ich weiß davon nichts. Nee. Also wir haben im Januar, haben wir Rocket Beans Geburtstag. Ja. Und komm mal vorbei. Das ist, ich glaub am 15.01. Sowieso. Ja. Da machen wir jetzt den Opener. Wolfgang. Ja. Wir machen die Leute heiß. Ja. Ja. Mit Willen von Madagaskar. Ja. Ja. Perfekt. Aber lass uns doch mal ganz kurz einmal kurz anschauen, wie Heino denn seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, weil vielleicht finden wir Bilder. Also er war ja schon häufig bei Siegfried und Roy, die sind befreundet. Ja. Und ich finde ja auch, dass Heino wird immer so als der Urdeutsche dargestellt. Aber dann sage ich immer, wenn das so kommt, als Kritik auch, na das ist so deutschtümelnd, dann kann man sagen, gut, die Liedauswahl und all das mögliche, aber schaut den mal an. Der ist blonder als blond. Ja, total. Der trägt eine Sonnenbrille und solche Anzüge. Da ist er in Las Vegas. Das bildet schon einmal, oder? Das ist jetzt nicht urdeutsch, ja. Also das geht. Das ist sozusagen schon die amerikanisierte Fassung. Guck mal, was ich auch drauf habe. Ein Totenkopf und das Hemd. Toll, ja. Das ist wirklich, stimmt, das habe ich ganz vergessen, er hat ja diese Rock-Zeiten gehabt. Genau. Stimmt. Er hat sich nicht nur die alten Lieder angeeignet, hat sich dann nicht nur neue Schlager komponieren lassen. Die Blau-Blau-Blüte Enzian ist ja für ihn ein komponiertes Lied, ist ja kein altes Rock-Sied. Und dann hat er gesagt, so und jetzt eigne ich mir mal die ganze deutsche Pop-Rock-Musik an. Und hatte damit ja auch einen großen Erfolg. Total. Das habe ich aber ganz verdrängt. Ganz vergessen. Warum? Ich weiß es nicht. Und ich fand es auch gar nicht so unangenehm, muss ich sagen. Viele Leute, die ein Comeback feiern, machen das schon so unangenehm. Und wenn dann auch Leute quasi das mit dem Imagewechsel kombinieren, dann ist es oftmals ganz fürchterlich. Aber irgendwie war es okay. Er hatte eine gute Band, die Heavy Tones waren das von Stefan Raab. Ach die war, ja, okay. Das habe ich auch vergessen. Die sind echt stark. Genau. Ja gut, dann hat er ja auch das Marketing von Stefan Raab dabei gehabt. Weiß ich jetzt nicht, aber das war schon sehr gut. Und hier ist er mit Roy zu sehen. Und da ist seine bezaubernde Gattin Hannelore. Und Hannelore war ja früher auch Schauspielerin und Sängerin. Okay. Man muss aber sagen, es war doch dann ganz gut, dass sie vorwiegend die Gattin von Haino wurde. Was hat Haino für eine Krankheit? Er hat hervorstehende Augen, ne? Nein, er ist ohne Brille immer aufgetreten. Er hatte dann irgendwann eine große Augenentzündung und ist dann mit der Sonnenbrille aufgenommen und ist dabei geblieben. Ach so. Also das ist gar nicht, er könnte sie auch abnehmen. Er hatte also keine Krankheit mehr mit den Augen. Ah, okay. Aber er ist dann bei dieser Sonnenbrille geblieben, was natürlich genial ist. Ich mag natürlich auch die Mythen, die da entstehen. Ja, ja. Also dass er quasi außerirdischer ist oder so. Keine Ahnung. Ich finde, das sollten wir uns alle mal aneignen. Ne, ich dachte, das ist ja so, hatte ich zumindest mal gehört, dass seine Augen so ein bisschen vorstehen. Es gibt diese Krankheit, aber wenn er sie nicht hat, dann ist es natürlich so. Ne, ich glaube nicht. Also er hat das mal so in einem Interview erzählt, dass er, dass das mal aus der Not heraus geboren wurde und dann ist man dabei geblieben. Und das ist ja auch interessant, dass Heino immer so ein, ja, so eine Marke wurde dann. Es gab ja dann auch alles. Heino Torte, Heino Gummibärchen, was weiß ich, alles von Heino. Der hatte ja auch dieses Rathauscafé. Weißt du, inwiefern er im Ausland Erfolg hatte? Na, ich glaube immer mal so als Kuriosität, aber nicht so stark. Aber es ist, glaube ich, schon Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich weiß es nämlich selber auch nicht, ob der Amerikaner, also der ein bisschen Musikverständnis hat, ob der Heino quasi mit Deutschland verbindet oder ob er die Stereobild, stereotypische Bild der Lederhosen, ob da auch dann Heino drin vorkommt, sozusagen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Rammstein kennen sie natürlich. Ja, aber ich glaube, es ist eher ein deutsches Phänomen. Aber auch interessant, der ist ja mit Rammstein aufgetreten. Ja. Und das ist ja auch in Wacken, glaube ich, sogar. Stimmt, du hast recht. Und das ist ja auch wieder so was, das ... Ich bedanke mich jetzt schon für die ganzen Flashbacks, die ich hier bekomme. Also es ist ja beides quasi eine parodistische Haltung auch zur deutschen Sprache. Also beide rollen das R mehr, als man es normalerweise rollt. Ja, natürlich. Aber man muss auch sagen, dass Till Lindemann auch in seine Texte, dass da auch schon mehr Tiefgang drin ist, als man denkt. Ja. Also das muss man dem Ganzen auch mal ... So stumpfsinnig die Musik irgendwie auch ist, weil eigentlich ist Rammstein ... Jetzt werden mich wahrscheinlich viele hassen, aber in Wirklichkeit ist es schon auch simple, sehr archaisch, weißt du? Das spricht schon die tiefsten, den niedersten Menschen irgendwie an, weißt du? Weil das irgendwie verwurzelt ist. Es ist eigentlich nicht ... Es gibt natürlich Parts, die sind schon ausgeklügelt, das will ich nicht sagen. Aber insgesamt ist es immer nur stampfend. Und das hat Ballermann-Musik auch. Ich will jetzt nicht Rammstein mit Ballermann-Musik vergleichen, aber die Texte von Till Lindemann, die reißen uns dann oder drehen das Ruder ein bisschen um, um ehrlich zu sein. Und dementsprechend die Kombination aus Heino und Rammstein, das müssen wir uns einmal kurz angucken. Heino, äh, Rammstein, nein. Das ist natürlich auch irgendwie cool und das zeigt natürlich auch, dass er sich selber auch nicht ganz so ernst nimmt, ne? Glaube ich mal. Kann man das so sagen? Oder dass er einfach gesehen hat, man kann es machen. Haben wir da ein schönes Bild? Jetzt kein ... Ja gut, das ist doch eigentlich ... Das ist doch ein schönes Bild. Ja. So. Heino und Rammstein. Was haben sie wohl gespielt? Das ist die Frage. Beim Wacken 2013. Ja, ist eine schöne Sache. Lass uns Heino abschließen. Lass uns sagen, Heino ist ein interessanter Charakter. Ich glaub, so viel kann man sagen. Der viel ... Und ist sozusagen deutsche Popkultur. Ja. Das, glaub ich, kann man auch auf jeden Fall so festhalten. Mit, äh ... Ja, in Quakenburg entdeckt wurde. Auch ne schöne Geschichte. Ich hab hier, wie gesagt, ne Liste dabei. Ähm, lass uns mal einmal kurz Gus Backus angucken, weil ich weiß nicht mehr genau, wie er ausschaut. Ich meine, das war ... Nee, ich meine grad Bill Ramsey. Bill Ramsey sah funny aus. Wie sah Gus Backus aus? Bill Ramsey war ja ... Kommt ja aus dem Jazz. Das ist ja ganz ... Aber hat, warte mal, hatte nicht Bill Ramsey auch irgendwie so eine, äh, komödiantische oder so ... Ja, ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett. Da hat er zum Beispiel mitgespielt und hat dann auch ... Das war eine Komödie, oder? ... diesen Song, ja, ja, mit Heinz Erhardt. Genau, da hab ich ihn irgendwie jetzt so verortet. Und hier ist Gus Backus. Gus Backus. Gus Backus. Da sprach der alte Häuptling. Der Indianer. Das ist Gus Backus. Oder der Mann im Mond. Guck mal, auch dieses ... Das haben wir dann auch, ne? So ein Cover, wir beide. So war eins aber, ja. Eigentlich müssten wir jetzt ... Können wir uns denn ... Können wir nicht jetzt schon mal so ein Still machen von uns beiden, also nacheinander und dann machen die Leute oder so ein Cover von uns? Geht das? Ja, natürlich. Also wir brauchen jetzt ein Vollbild, ja. Und warte, jetzt müssen wir uns jetzt aneignen. Also so von unten, so leicht von unten. Genau. Warte, ich komm mal zu dir. Wir sind natürlich jetzt best friends, ist ja klar, weil wir suggerieren den ... Wie das im Schlager ist. Genau. Wir hassen uns nur hinter der Bühne. Warte, schön ... So? Mhm. Ja. Super. Also es fühlt sich unangenehm an. Ja. Aber ich glaub, es ist richtig. Ich glaub schon, ja, ja. Also, oder? Es ist so. Es ist auch irgendwie schön, weil ... Ich wusste es bei dir wirklich nicht, dass du darauf so abfährst, sag ich mal. Was hörst du denn sonst so eigentlich von Musik? Einmal jetzt noch eine private Frage. Ich höre eigentlich nur klassische Musik. Ja, okay. Das ist interessant. Also ich gehe sehr viel in die Oper, Konzerte, aber höre dann sehr viel zu Hause, Kammermusik, also viel 19. Jahrhundert vor allem dann. Das ist schön. Und der Schlager ist für mich eher so ein Ausgleich. Also im Auto höre ich fast nur Schlager, weil man da nicht, kann ich anfangen eine Symphonie zu hören, wenn ich irgendwo eine Viertelstunde hinfahre oder so. Wenn ich irgendwo 160 fahre an der Stadt. Dann auch nicht. Also dann höre ich Schlager und da ich sehr gerne singe, aber meine Stimme jetzt nicht so gut ist, dass ich damit Opern singen könnte, muss ich Schlager singen. Und ich singe auch morgens unter der Dusche oder so Schlager. Das ist der Hammer, Wolfgang. Ohne Scheiß. Du bist ein kleiner Typ. Also ich habe auch manchmal im Zug oft das Bedürfnis zu singen, dass ich dann so da sitze, dann geht mir, heute hatte ich so ein Rex Gildo so ein Lied, zwei blaue Vergissmeinricht. Ich hatte das die ganze Zeit im Ohr, aber man kann es im Zug so schlecht singen. Die Leute sind dann etwas irritiert. Man kann es schon natürlich. Dann lasse ich es eher, aber zu Hause mache ich es dann. Mach es erst, wenn unser Album dabei ist. Ja. Aber ich singe wirklich unglaublich gerne und dann fast immer Schlager und kann mich dann auch an den blödesten Texten erfreuen. Oder auch, du hast ja da eine ganze Liste mit Schlagern. Wir schaffen so wenig hier heute. Wir schaffen so wenig, ja. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch eine Spotify-Liste für unsere Zuschauer anlegen. Pass auf, das mache ich, glaube ich. Ja, mache ich das jetzt noch? Was haben wir denn da so? Also da sehe ich doch schon den Barta Illich, Michaela. Das ist natürlich ein Klassiker der Zugang. Auch eine witzige Geschichte. Michaela, dieses Lied sollte eigentlich Manuela heißen. Dann war der Komponist, der Texter waren in der Kneipe und da war jemand, der immer gut mitgetrunken hat. Und der hat, war gar kein Text, hat gesagt, der macht doch mal eins mit Michaela. Dann haben die den mit aufgenommen für die Tantiemen. Und dann sind die mit Barta Illich ins Studio. Aber Barta Illich konnte nicht Michaela singen, sondern nur Michaela. Ach, Quatsch. Okay. Da kam dann Michaela so zusammen. Und das ist so sympathisch. Und das ist so sympathisch, genau. Und ich glaube, dass wäre nicht so ein großer Hit geworden, hätte der korrekt Michaela ausgesprochen. Nee, wirklich? Und das beschreibt der Einschlagerkomponist Christian Brun, der war mit Katja Eppstein zusammen. Der hat Wunder gibt es immer wieder geschrieben. Oder Hinter den Kulissen von Paris, ein bisschen Spaß muss sein. Und der sagt, es fehlt manchmal sozusagen das gewisse Etwas noch. Und zwar hatte er mit Siff Malenquist eingespielt, Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Oh no. Und sie hat das noch gemacht. Das fehlte vorher. Und sie hat das beim Einsingen einfach so intuitiv gemacht. Und das bleibt im Kopf. Und dann hat er gesagt, und das war das Entscheidende, damit es dann wirklich ein Hit wird. Und das ist immer dieses gewisse Etwas, das man in jedem guten Schlager finden kann, das aber so schwierig ist, selbst herzustellen, sonst wären wir alle Hip-Produzenten. Hast du recht. Und wo wir auch wieder beim Thema wären, mit diesem Akzent. Ja, hat sie auch. Ja, hat sie auch. Und da fällt mir gerade, was gibt es denn noch hier? Schuld von Hunder, Bossa Nova? Ja, Manuela. Das kommt natürlich alles auch in unsere Spotify-List. Das musste alles rein. Aber qualitativ guter Schlager. Ja. Ich wollte nur einmal kurz einen Schritt zurückrudern, weil ich hab dich gefragt, was du hörst. Das find ich sehr interessant. Ja. Danke, das will ich. Aber du sagtest, deine Eltern haben dich auch mit Rock geprägt und sowas. Kannst du dem jetzt grad gar nichts abgewinnen? Wenig. Also ich kann's eher so auf einer distanzierten Ebene mir anhören und irgendwie erkennen, dass das eine besser oder schlechter ist. Okay. Aber es spricht mich überhaupt nicht an. Also ich würde nicht auf ein Rock-Konzert gehen. Nee, das kann ich verstehen. Ich hab mich ein bisschen mit Queen beschäftigt, weil wir auch in Kino Plus drüber gesprochen hatten, über Bohemian Rhapsody. Da war ich ganz begeistert, was eigentlich Queen so alles gemacht hat und fand das interessant. Aber tatsächlich ... Holt dich nicht so ab. Nicht so. Also nicht so, dass ich das häufig höre. Bei mir war's so, ich hab früher, weil ich das schon sagte, so ein bisschen auch Anti-Haltung, viel Rockmusik gehört. Also alten Rock? Schon alten, nee, schon älterer Rock tatsächlich. Schon so Classic-Rock-Zeugs. Das fand ich immer schön. Wobei ... Auch so diese Rock-Opern? So Meat Love oder so? Meat Love fand ich richtig geil. Der ist gut. Meat Love? Der ist toll. I would do anything for you. For love. For love? Nee, stimmt. I would lie for you. Ist nämlich der zweite Hit gewesen. Ja, ja. I would do anything for love. Genau. Die beiden Hits natürlich. Das ist ja schon Power-Balladen. Ja. Absolut. Oder Epos, kannst du dazu sagen. Nee, bei mir ist es so gekommen, dann hab ich Skateboard gefahren, hab auch ein bisschen Punk gehört und ein bisschen Rock-Zeugs. Dann hab ich mein Tontechnik-Studium angefangen und seitdem kann ich viel Musik aus vielen Schubladen auch viel abgewinnen tatsächlich. Also ich ... und ich weiß, dass du auch unheimlich viel ... ja, also du hast ja auch Respekt vor der ganzen Sache, vor Musik und so. Aber ich verstehe, dass du sagst, mich holt das nicht ab. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei mir ist, weil ich jetzt technisch höre, also bei mir ist viel die Freude am reinen Musikhören eigentlich verloren gegangen, weil ich dieses Studium gemacht hab und viel mehr Musik analysiere. Tatsächlich. Ja. Also auch, wie ist es produziert? Wie klingt die Bassdrum? Weißt du? Ja. Ich hör mir jetzt quasi ein Lied an und denk dann darauf, okay, wie klingt das Schlagzeug? Und höre gar nicht mehr die Musik an sich, was schade ist, aber dadurch hab ich mir trotzdem mehr Türen aufgemacht tatsächlich. Also ich kann jetzt mehr Musikrichtung was abgewinnen. Aber dann hab ich direkt ne Frage, würdest du sagen, dass die Musik heute lauter geworden ist, in dem Sinne, dass irgendwie alles in den Liedern laut klingt? Absolut. Ob ich das jetzt bei Schlagern sehe oder auch bei alten Rockliedern, da gibt es ne unglaubliche Dynamik und heute fangen die laut an und hören laut auf. Und das macht sie langweilig. Ja. Man spricht in der Produktion von Dynamik, also der Unterschied zwischen den leisesten Parts und den lautesten Parts. Und das hat sich auf jeden Fall extrem zusammengestaucht worden. Ja. Du kannst dir vorstellen, wenn die Peaks näher an den leisen Parts sind, kannst du alles anheben. Und das ist gemacht worden. Ja. Als schönes Negativ-Beispiel hörst du dir mal das Metallica-Album Death Magnetic an. Ja. Das ist unfassbar laut. Das stresst nur. Das ist kein entspanntes Hören. Und danach hörst du dir mal ne alte Led Zeppelin-Produktion an. Damit du im Genre bleibst. Weil du kannst natürlich nicht Äpfel und Bieren vergleichen. Das funktioniert nicht. Aber da wirst du feststellen, dass beide Produktionen eine unterschiedliche Wirkung auf dich hat. Und das ist eh ganz spannend. Auch so psychoakustisch, was da passiert. Wenn du ne MP3 hörst beispielsweise, bist du angestrengter und unterbewusst als bei ner CD oder Schallplatte. Weil dort die tiefen Frequenten rausgerechnet wurden, die sind aber trotzdem hörbar, weil über ein psychoakustisches Phänomen denkt oder produziert dein Gehirn diese Töne neu nach. Und sozusagen. Und deshalb höre ich noch CD. Deswegen hörst du noch CD. Ich hab richtig viele CDs. Und das macht Sinn. Ja. Das macht total Sinn. Also ich guck mal, ich guck grad auf die Uhr und bin schockiert, wie die Zeit rennt. Wir haben heute keine Spotify-Liste geschafft. Nein. Wir sind schon durch jetzt. Wir sind so gut wie durch. Genau. Wir machen aber noch eine Sache. Ich wollte nur kurz sagen, die Liste haben wir auch nicht geschafft. Ich würde sehr gerne mit dir öfter und mehr über Schlager reden. Machen wir. Sollten wir unbedingt machen und unsere kleine Schlager-Show, wie die auch immer aussehen kann, ich weiß es nicht. Wenn ihr Ideen habt, wie wir beide Schlager auf dem Sender hier anbieten können, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und wir haben Weihnachten. Darauf wollte ich noch hinaus. Wir müssen noch einmal singen. Gut, dass du's sagst. Ja, wir müssen noch einmal singen. Es hilft nichts. Es ist nicht so leicht. Was singen wir? Pass auf. Was singen wir? Ich nehme erstmal die Gitarre. Weihnachtslieder sind ziemlich anspruchsvoll. Die sind sauschwer. Ja. Wirklich. Die sind natürlich auch, denke ich mal, aus einem Orgel-Kontext vielleicht adaptiert worden. Und mit meinen echt leidenhaften Gitarren-Skills komme ich da nicht so weit. Aber ich habe ein Lied gefunden, das ist nicht so schwierig und gibt uns trotzdem Weihnachtsfeelings. Und das ist fröhliche Weihnacht überall. Ja. Das ist wirklich nicht so schwierig. Es sind nämlich nur vier Akkorde. Und die habe ich noch gerade im Fundus. Also, kennst du, ne? Fröhliche Weihnacht überall. Wir gucken mal, wie die... Also, wir spielen einfach mal, oder? Okay. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall. Töne durch die Lüfte, froher Schall. Darum stimmet alle ein in das Jubel-Lied. Genau. Alle Vöglein auf dem Feld trellern fröhlich mit. Einmal noch, komm. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Wolfgang. Das haben wir doch gut hinbekommen. Ja. Oder nicht? Hat richtig Spaß gemacht. Mir auch. Wir hatten nicht so richtig Vorbereitungen, wir beide. Du hast ja vorhin noch gefragt, ey, was für eine... Aber es ist wunderbar. Gut, wir schaffen ja gar nicht alles, was wir uns verlegt hatten. Es ist unmöglich. Unmöglich. Das zeigt aber auch, was der Schlager noch alles ist und kann und macht. Ich hoffe sehr, dass euch das jetzt als Zuschauer irgendwie auch angesprochen hat. Weil es ist natürlich ein spitzes Thema. Und ich kann auch nachvollziehen, dass viele sagen, ah, ist nicht so meins. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich hoffe, dass ihr uns eine Chance gebt und irgendwie verstehen könnt, dass das früher eine sehr schöne Musik war tatsächlich. Ja, und man kann den Schlager noch ganz thematisch angehen. Über den Liebeskummer könnte man nur sprechen. Lohnt sich nicht. Ja, der lohnt sich nicht, sagen die einen. Die anderen ist das ganz schlimm. Ja, absolut. Oder diese ganzen Abschiedsschlager. Dann geh doch. Von Howard Carpendale. Oder Tränen lügen nicht. Was hab ich? Lass doch ganz kurz. Wir müssen auch noch ein Guss-Bakko-Special machen tatsächlich. Denn seine Songs sind zum einen Bohnen in die Ohren. Passt ja auch sehr gut. Ja. Dann hat er noch, da sprach der alte Häuptling der Indianer, hast du eben schon erwähnt. Der Mann im Mond muss ident zum Städel hinaus. Hat er auch gespielt. Nicht nur Elvis. Ja. Das müssen wir auch nochmal eigentlich erwähnen. in dem Zug. Und er hat natürlich auch die Sauerkraut-Polka. Also, was willst du mehr? Kann man mehr, ja. Oder nicht? Das müssen wir alles mal anbieten. Ey, ganz ehrlich. Vielen, vielen Dank. Ich leg noch einmal die Gitarre weg. Vielen herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Es war mir eine Freude. Mir ebenso. Und ich würd sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Euch ebenso. Da ist die Kamera. Und habt schöne Festtage, ja? Lasst einen schönen Kommentar da und teilt das Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin. thuiste. DenOTHER 8,000 Petron. Bis dann. Suviv 루�. rem Feder. Wie schule.